Hallo, Mr. Winslow. Ich bin Steve Urkel. Ist Laura fertig? Können wir gehen? Ja, Steve. Komm doch ruhig schon rein. Sie wird gleich unten sein. Ich muss ehrlich gestehen, Mr. Winslow, als mir Dad sagte, dass ich mit Laura ausgehe, habe ich mir fast die Hosen voll gemacht. Hier sind 5000 Ameisen drin, inklusive einer schwangeren Königin. Darf ich Ihnen die mal zeigen? Ja, wo ist sie denn? Wo ist denn Eure Majestät? Hallo, Eure Majestät! Sagen Sie, ist das eine Bartlett 111? Das ist tatsächlich eine. Woher kennst du sie? Genau so ein Ding haben die da unten in dem Donutladen, gleich um die Ecke. Wissen Sie, eine Maus ist da mal reingefallen, als die gerade einen Schub mit Gelee machten. Das ist ja ekelhaft. Eigentlich nicht. Jedenfalls hat sich kein Kunde beschwert. Na schön, ein Spiel. Aber wenn ich gewinne, gehst du nach Hause. Alles klar, also nee. Dass wir so offen zueinander sind, aber ich will davon lieber nichts wissen. Wie du willst, aber ich weiß, was du da durchmachst. Bis ich zehn war, habe ich im Tauchanzug geduscht. Mir ist klar, dass ich meine Frage bereuen werde, aber... Wie hast du denn deine furchtvolle Nacktheit überwunden? Naja, in einer heißen Sommernacht sagte ich mir, genug ist genug. Ich schlich in den Vergnügungspark und marschierte ins Spiegelkabinett. Da riss ich mir meine Klamotten vom Körper und zwang mich, mir mein Spiegelbild aus 150 verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Oh, das war ein echter Albtraum. Aber es hat funktioniert. Wow, ich bin noch nie in irgendwas gut gewesen. Naja, ich kann zwar jeden Schlager auf meiner Achselhöhle spielen, aber Sie wissen ja, wie unbeständig das Musikgeschäft ist. Miss Dubin! Sie lebt! Sie ist aufgegangen! Was? Was ist denn das? Meine Öhrkäfer! Höchstwahrscheinlich ist der Pilz mutiert und nun wird sich die Masse alle paar Sekunden verbreifachen. Hoffen wir nur, dass sie nicht intelligent ist. Hallo, die Damen. Herzlich willkommen, meinen schönen Abend. Hey, hey, du! Äh, ja? Was machst du denn hier? Tja, ähm, 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 die Zeitarbeitsagentur schickt mich her. Was? Nein, nein, bitte erzähl mir nicht, du bist der neue Tänzer. Oh doch, das bin ich aber. Ich bin, äh, ich bin, äh, der Ersatz für, wie hieß der doch noch schnell? Wie, der leidenschaftliche Klempner. Ja, genau. Ich bin Steve, der wolllustige Wissenschaftler. Psst, das ist Boris Pulaski und sein polnisches Akkordionorchester. Oh, ich muss sofort anhalten. Ich muss sofort anhalten. Oh, ich muss sofort anhalten. Manchmal muss man eben einfach Polka tanzen.